Einfach, Jade. Einfach, Eisen. So, muss ich dir jetzt beidrücken. Ich lade dich ein, Hornzone. Weißt du, schön sein ist schwer. Ja. Hier kann ich nur so hübsch sein wie du. Roblox wird gestartet. Ich hätte nur als gedacht, dass ich jetzt Spiel spiele. Jaha. Achso, du bist schon drin. Ich möchte es fühlen. Wir geben die Party ab. Hey there. Lass uns das. Oh. Nein. Nein. Fuck nein. Fuck nein. Ganz aus hier, Alter. Ich möchte doch hier jetzt nicht. Neues Mod Modell. Modell. Warum sind hier keine Leute? Hallo. Wir müssen, glaube ich, warten. Achso. Ich mache mal ein kleines bisschen Musik an. Das ist mir schon zu viel. Ähm. Ach, ich mache Musik rein einfach. So, was haben wir denn hier? Oder muss ich hier jetzt irgendwas machen? Du musst warten, bis die 100 Cent ist. Achso. Girl. Warum müssen Frauen... Man kann emoten, schau mal. Ja. Okay. Okay. Ich gebärere gerade ein Team. Ey, wir können da rein. Guck mal, da kann man lang. Was? Slider. Wir warten. Achso. Wir warten. Was warst du da? Ach du Scheiße. Komm mal her. Das schaut aus. Prima Ballerina. Also. Haare. Ey, das sind, äh, äh, Jennys Haare. Das sind aber Jennys Haare. Haare like that. Aber was gibt's hier noch? Wie kannst du das? Wie kannst du das? Achso. Ja. Ich muss kacken. Oh. Wir hatten jetzt Zeit, wahrscheinlich, oder? Sich vorzubereiten. Oder sich laufen. Was macht er? Ja. Ja. Jetzt hat er's, glaub ich, erst gecheckt. Woo. Ja. You go, girl. Ähm. Disconnect? Ja, ich glaub schon. Boo. 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 Oh mein Gott, die rennt ja. Äh, nee. Boo. Du musst es genießen. Bitte tausend. Bitte tausend. Boah. Hallo, ihr süßen. Gib mir bitte einen Punkt. Nicht nur einen, sondern alle. Ich gebe euch welche. Nein, Bibi. Hallo, meine Lieben. Ich hab, ihr abonniert mich auch alle. Äh. Äh. Oh. Flo. Ich hab nur sexy sexy geschrieben. Äh, Profimodel. Ach, jetzt fehlt sie sich aber. Äh. Äh. Was ist denn das? Eine Prinzessin. Achso. Vielleicht die Randale. Eine Prinzessin. Das war mir schon klar. Der ist nicht gekommen. Okay, ich kacke gerade hier. Wir warten. Excuse me. Was machst du da? Scheiße. Äh. 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 Ass on Ass. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, wir müssen da hin. Oder? Oh. Ähm. Warte. Warte, scheiße. Das muss ich vor der Kaffee. Ah, Mann. Warte, scheiße. Los. Ähm. Wie kann ich? Äh. 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 Ähm. Abbrechen. So. Kann ich abbrechen? Wie kann ich abbrechen? Weiß ich nicht. Ich sitze. Nein, Stand. Achso, Stand. Ähm. Äh. Äh. Ich hab viel Zeit verloren. Was war ich? Königliche Königin. König. König. Königliche Königin. Oh ja. You go, girl. Dann mach ich Farben. Ja. Weiß ich nicht. Was ist alles so schön aus? Ja, die Musik ist cool. Cool. Oh na. Ernsthaft jetzt? Ja, ich hab die Musik ausgemacht. Warte mal. Fangen wir mal wieder an. Äh. Äh. Achso, nein. Ich weiß nicht, ob die Copy geschützt ist. Das Ding lässt sich lieber aus. Hm. Hair Salon. Ah, da. Ich unterstütze LGBTQ. Oh Gott. Äh. Oh, ja. Die Leute, die VIP sind, haben Glück. Ich möchte es dann holen. Boah, es ist keiner VIP. Äh, hä. Oh nein, ich möchte einen Alpaka. Oh nein, ich muss den kaufen. Äh, hä. Genau. Halt der Maul. Warte mal bitte eine Königin aus. Das macht Spaß. Ich bin eine Blumenkönigin. Ja. Ah ja, das ist so gut. Äh. Äh. Oh. Was ist das hier? Nichtfärbiges Haar. What the fuck? Ich möchte das aber nicht. Ich bin bei den Jungs angekommen. Da hinten sie Mädchen. Yars. Okay, ich glaube, das ist so eine, äh, Risur, die man braucht. Achso, jetzt bin ich hier glatt, oder was? Wie kann ich jetzt meine... Ja, dann nehme ich die weg. Mein Gott. Braucht keiner. Ich habe die Flagge jetzt weggeschmissen. Ich bin die Blumenkönigin. Ich sehe so scheiße aus. Äh. Ja, Hund, hau ab. Äh. Oh mein Gott. Ich sehe so scheiße aus. Genau. Äh. Äh. Wo ist hier ein Kleid? Ich finde kein Kleid. Und außerdem, die mit den Pandas ist keine Königin, Alter. Äh. Ich fände kein Kleid. Sieht auch so hässlich aus. Kannst du mal aufhören, sonst so atmen? Sorry. Ich nehme das. Ich muss mir noch Haut geben. Scheiße. Ähm. Hüte. Körperpakete. Oh mein Gott. Er hat doch noch meine Frisur entfernt. Ich sehe so scheiße aus. Ich sehe so scheiße aus. Komm auf den Laufsteg. Ich tanz einfach. Schon wieder der? Nee. Haha. Ich tanz einfach. Ähm. Wunderschön. Ja, finde ich auch. Natürlich die volle Punkte zahlen, weil ansonsten. Na? Komm ich jetzt? Nein, nein, nein. Äh. Äh. Ich tanz einfach. Für mich ist es keine Königin. Nee. Ich mach auch eins. Äh. Christian. Äh. Lady Gaga. Ja. Das ist keine Königin. Aber Lady Gaga ist keine Königin. Lady Gaga ist die Queen. Die ist der Neptun. Oh, wie viele sind denn, Alter? Das war eine Schieße. Ja, die hat wieder den gleichen Scheiß genommen, Alter. Nein. Kopie. Was? Hashtag, 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 Hashtag. Hashtag, Hashtag. Could you be? Punkte, danke. Äh. Wo ist die Pose? Oh mein Gott, so kjott. Oh, oh. Was? Wie geil sieht das denn aus? Sieht mal scheiße aus. Das ist das du? Ja. Ja. Hihi. Slide da weg, Alter. Ich fand das lustig. Äh. Nochmal? Ja. Ja. Ob wir. Ich hoffe, ich bin erst. Alter, was hat die denn für Spitztitten? Komm schon. Ja, ich bin zweiter. Ja, ich bin zweiter. Ja, ich bin zweiter. Ich bin, welcher bin ich? Tja, das wirst du wahrscheinlich nie erfahren. Also, ich fand mich schön. Letzte Runde Ergebnis. Ah, da. Du warst sechster. Oh. Ich war zweiter. Zweiter. Ähm. Ja. Das finde ich gerade ganz schön scheiße. Man, du musst dich halt einfach anstrengen, ja. Ihr seid doof. Ich wollte erstes sein. Wie alt ist dir? Was ist denn doof? Heulich. Boss. Boss. Also, ich möchte wieder ein Girlboss sein. Das heißt, ich hole mir hier wieder... Wo ist meine Maus? Warte. Wo sind denn nochmal die ganzen Scheiß-Dinger? Ah, da. Da sind die Körperpakete. Meine Maus, die spackt rum. Echt? Hä? Ich habe ja Haare. Äh. Äh. Gibt es Raum? Weiß ich nicht. Ja, dann nehme ich Spaß einfach. Ich muss erst mal schauen. Ja. Ich habe mal wieder das Problem, dass ich halt so eine Scheiße nicht tragen kann. Ja, ich glaube, der hat schon so... Oh, ja. Wie kann ich mich einfärben? Ähm... Du musst bei Tan oder so hin. Wo? Tan. Wo? Wo ist denn das? Tan. T-A-N. Das ist beschrieben. Beschriftet. Ach, bei A. Och. So, ich gehe mal hier rein. Oh, nein. Muss ich das jetzt machen? Musst du das jetzt machen? Äh. Ja, du musst halt in die Hartfarbe gehen, die du halt cool findest. Ja, Adult oder was? Teen? Baby? Ne, das war gegen Schuhen. Falk, warte. Falk, warte. F-f-f-f-f, ich muss rüber. Mach keine Ahnung. Ich brauche die Hose, ich brauche die Hose, ich brauche die Hose. F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f Nein. Ach da. Spritain. Sieh schon aus wie so. Ich bin so ein Mafia-Boss, weißt du? Ich finde mich hübsch. Sag mir, dass ich hübsch bin. Nein. Doch, ich finde mich schon hübsch. Das passt. So. Ich kacke mal wieder. Komm auf dem Laufsteg. Mal gibt's die Welt. Paris, ein Francais. Ich bin so ein Start-up. Ja, so. Mafia-Boss und dann. Weg. Oh, Pascal. Wow. Nein, du musst schon cool aussehen. Oh. Oh. Weg mal, like a waiter. Wat? Sexy. Sexy, sexy. Bist du das? Ja. Ich hab halt Muskeln. mich da wegsleine. Äh. Ähm. Ähm. Wie ich da eigentlich jetzt im Bein stelle, weißt du? Was ist das? Ein Boss. Ähm. Meine Maus ist am Arsch. So. Nehmen wir fest. Ich bin gespannt, wie er jetzt ausschaut. Wo ist das denn ein Boss? Äh. Ähm. Hm. Vielleicht ein cooler Boss? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich glaub, geh eine Runde noch und dann. Mama Fia, ja. Was? You know what Minecraft even is? Yes. Oh, Alter. Der hat natürlich nicht aus Minecraft-Skin ausgesehen. Hm. Wer ist überhaupt nochmal die weibliche Person davon? Äh. Alex. Alex. Dann weiß ich, glaube ich, dass du das Minecraft-Skin ausgesehen hast. Nein. Auf Google. Oh. Was steht da? Ach so, lässig. Ja, ich hab laughing my ass aufgeschrieben. Lässig. Okay. Ähm. Das krieg ich wohl hin. So. Wo ist denn dort? Hä? Ach so, ja. Jetzt will ich mal... Jetzt will ich mal ein Mann sein. Weil ich will lässig sein. Ach so. Ich dachte so. Nicht, dass da ein Tod. Ah, da, Mann. Mag ich. Boah, nee. Ah, nee, fuck. Ich kann mein Gesicht ja gar nicht ändern. Okay, da muss ich eine Frau sein. Wie konntest du deine Form eigentlich ändern? Also deine... Wie konntest du eigentlich deine Form... Also deine Form ändern? Äh, die gibt's drüben bei Körperpakete. Wenn du zu Körperpakete gehst, dann links. Okay. Rips that you're a kid like it's not 20... Was? Zum Fick. Ah. Fuck, ich kann nichts mehr ausführen. Oh, die ist geil. Wobei, nee. Oh, ja, die ist cool. Ähm. Was ist lässig. Oh, ja, mach mal ein U-Hu-Girl. Ich fand's das schreit mich grad echt arg. Hm. Ich seh' so kackig aus. Hihihi. Oh, ja. Warum macht das so Spaß? Scheiße, das soll nicht Spaß machen. Das soll nicht Spaß machen. Ich seh' so lässig aussehen. Ja, irgendwie war ein lässig. Lässig. Hab ich ne Jogginghose hier irgendwo? Das ist ja lässig. Kann ich meine Schuhe entfernen. Kann ich meine Schuhe entfernen, aber... Ähm... Ja, wird lässig, genau. Ich streite mich mit dem kleinen Roblox-Kiddy. Oh, Mann, ernsthaft? Also, ich bin... Also, basically, das Argument, was er grad gebracht hat, ist, ähm... Selber. Ah. Oh, nein! Das passt nicht! Ah! Äh. Oh, das ist schön. Äh, schließen. Okay, girl. Ach, hier ist die Frauenabteilung. Hoppala. Das ist lässig. Oh, ich mag das. Kann ich eigentlich auch mein... Dings ändern? Boah. Ich hab keine Ahnung. Oh, man kann... Ich kann gar keine Effekte benutzen. Schade. So. Schön. Das ist schön lässig. Irgendwie grad mit der Street hier unterwegs, deswegen... Mhm. Wo kommt die denn raus? Hm? Wo kommt die denn aus? Äh, äh... Äh, okay, okay. Oh, ich bin, wenn's jetzt ist. Das ist lässig? Bist du das? Bist du das? Was? Bist du das jetzt? Achso. Ich... Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Das ist der, der mich die ganze Zeit mobbt. Im Chat, der kriegt vom Menschen schlecht. Okay, girl. Das ist lässig, wie man heult und tanzt. Spielen da gerade wirklich Kinder? Ja. Ja. Bei dieser Socks, da bin ich mir nicht sicher, weil er ist ein Mann. Aber ich hab so, girl, er ist gay. So kann er nicht zu jung sein. Achso, ich vergesse die ganze Zeit zu raten. Äh, lässig ist schon, ja. Ich vergesse die ganze Zeit, ich hab so die ganze Zeit vergessen zu raten. Na, war auch nicht so cool. Mh, das ist lässig. Ein Nachmacher. Das ist lässig? Ich find das lässig. Aber er ist ein Nachmacher. Wolltest du nicht eigentlich ein Junge sein? Ja, aber ich, das Gesicht kann ich mich ändern. Achso. Äh. Äh. Das ist lässig. Ich geh da richtig, ich hab... Ja. Bianca. Die fühlt es. Wer hat gewonnen? Oh mein Gott. Sehr wichtig. Du. Ich bin dritter. Ja, ich bin dritter. Hey. Nächstes Mal gewinne ich. Aber das war das erste in der nächsten Folge von Roblox. Nein, ich mach das gar nicht mehr. Oh mein Gott, ich bin noch in meinem Style. Schau mal. Oh, was ist das? Oh, jetzt bin ich in meinem Style. Okay, bye bye. Bis zum nächsten Mal.